Witzen fühlen, hier geht es um Hausaufgaben. Hier haben wir verschiedene Strukturen für fasciale Gewebestrukturen und wir haben hier verschiedene Schwingen, Schwingen in eindringenden Positionen, Schwingen in eindringenden Positionen, in ständige Winkeländerungen, Schwingen in eindringenden Positionen, in Beschleunigung in der Bewegung, also Ablauf. Struktur. Und hier sieht man den Musstum davon, das ich gerade ausfüllen werde. Hier ist es. Struktur. Und hier ist es. Struktur. Und hier ist es. Struktur. Und hier ist es.